»Sieh den Himmel«, heißt kein Sternbild Reiter. Denn dies ist uns seltsam eingeprägt, dieser Stolz aus Erde, und ein Zweiter, der ihn treibt und hält und den erträgt. Ist nicht so, gejagt und dann gebändigt, diese sehnige Natur des Seins? Weg und Wendung, doch Eindruck verständigt, neue Weite und die Zwei sind eins. Aber sind sie's? Oder meinen beide nicht den Weg, den sie zusammentun? Namenlos schon trennt sie Tisch und Weide. Auch die sternische Verbindung trügt, doch uns freue, eine Weile nun der Figur zu glauben. Das genügt. »Sieh den Himmel«, heißt kein Sternbild Reiter? Nein, einen Reiter gibt es nicht. So wie in der zehnten Duineser Elegie, fantasiert Rilke hier ein Sternbild an den Himmel. Denn dies ist uns seltsam eingeprägt, dieser Stolz aus Erde, nämlich das Pferd, und ein Zweiter, der Reiter, der ihn treibt und hält und den erträgt. Der Reiter steuert das Pferd, ist aber ohne von diesem getragen zu werden, kein Reiter. Ist nicht so, gejagt und dann gebändigt, diese sehnige Natur des Seins? Ist die Natur des Seins also Erde, die sich zum Körper formt, der dann so von einem Geist beseelt ist, wie ein Pferd von seinem Reiter? Weg und Wendung, doch Eindruck verständigt, neue Weite, und die zwei sind eins. Geist und Materie sind also in einer Einheit verbunden. Indem der Geist die Materie beherrscht, eröffnet ihm umgekehrt erst die Materie, die Welt. Aber sind sie's oder meinen beide nicht den Weg, den sie zusammentun? Daß der Geist die Materie steuert, ist das vielleicht nur eine Illusion. So wie für das Pferd das Gerittenwerden etwas ganz anderes bedeutet als für den Reiter, bedeutet das Belebtsein für die Materie nicht das, als was es dem esbelebenden Geist erscheint. Namenlos schon trennt sie Tisch und Weide. Das Pferd auf der Weide hat keinen Bezug zu dem Leben des Reiters. Sobald der Reiter das Pferd auf die Weide entlässt, ist die Illusion einer Einheit der beiden aufgegeben. Auch die sternische Verbindung trügt, denn Sternbilder setzen sich aus gedachten Linien zusammen, die mit einer tatsächlichen Beziehung der Sterne zueinander nichts zu tun haben. Doch uns freue, eine Weile nun der Figur zu glauben. Das genügt. Wir können unser Leben nicht anders als in der Illusion leben, daß Geist und Materie in uns zu einer Einheit verbunden sind. Uns freue aber, diese scheinbare Einheit als wahrhaft zu erleben, so wie wir den Sternen ihre Zusammengehörigkeit zu einem Bild glauben und diesem Bild Bedeutung beimessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.